Hallo, wir sind das Duo Nummer 26. Ich bin Carina Schmieger, bin 23, komme aus Freiburg, wohne allerdings seit zwei Wochen jetzt in Stuttgart hier und ich bin die Sängerin. Ich heiße Hannah Akiyama, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Japan und ich habe in Freiburg Grafie und Liedergestaltung studiert. Okay, Hannah, wie bist du zum Thema Lied gekommen, beziehungsweise was fasziniert dich am Lied? Für mich Liedbegleitung ist besonders, irgendwie wie zu malen. Carina erzählt immer diese Gedichte und ja, so Geschichte und irgendwie ich male etwas so Farbe oder ja, so Hintergrund, ja. Das ist für mich so schöne Arbeit. Und Carina, du singst viel Oper und was ist der Unterschied Lied? Oper und Lied. Ja, tatsächlich arbeite ich sonst hauptsächlich an der Oper und ich bin aber total begeistert beim Lied singen und ich mache das wahnsinnig gerne, weil es ist ganz was anderes als Operngesang. In der Oper haben wir immer, ich sag mal, viel Hilfe. Wir haben ein großes Bühnenbild, tolle Kostüme, Perücken, viel Schminke, alles Dinge, die uns helfen, eine Geschichte zu erzählen oder eine Person darzustellen. Und beim Lied ist das wirklich so, du hast eine Stimme und du hast ein Klavier und das ist alles. Und mit diesen wenigen Mitteln eigentlich muss man es irgendwie schaffen, dem Zuschauer eine Geschichte zu erzählen oder wenigstens ein Gefühl rüberzubringen. Eben nur mit dem, was wir beide haben, was wir anbieten können und das ist wahnsinnig anspruchsvoll, aber faszinierend und das machen wir beide sehr gerne. Danke. 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 Danke.